In einer Tabelle kann ich auch die Linien entsprechend formatieren. Zum einen kann ich, je nachdem wie die Markierung ist, hier bei diesem Kästchen hier oben, kann ich auf einmal alle Rahmenlinien markieren. Und dann kann ich hier oben sagen Rahmenlinien. Und hier sind jetzt alle aktiviert, weil ich praktisch die ganze Tabelle entsprechend markiert habe. Ich kann aber auch hier sagen, kein Rahmen. Ich habe zwar immer noch die Tabelle. Es zeigt sich auch hier, wenn ich mit dem Körse hier drüber gehe, dass hier dann dieses Kästchen erscheint. Allerdings, die Gitternetzlinien sind alle weg. Ich könnte aber auch hergehen und sagen, okay, alle inneren Rahmenlinien sollen sichtbar sein. Und dann sieht das Ganze so aus. Wenn ich möchte, kann ich auch eine andere Farbe bestimmen und auch eine andere Stärke. Das kann ich entweder hier entsprechend machen, indem ich hier die Linienart, ich habe jetzt hier eine Doppellinie eingestellt, die Stärke setze ich mal auf drei Punkte und die Linienfarbe auf Rot. So, und jetzt hat sich aber noch nichts getan. Ich muss jetzt erst wieder hergehen zu dieser Rahmenfunktion und dann die Zuweisung machen, die ich hier voreingestellt habe. Also wenn ich jetzt hier alle Rahmenlinien anklicke, dann bekomme ich hier die entsprechende Tabelle. Und ich kann, ich muss wieder in diese Tabelle rein, damit die Tabellentools erscheinen. Wenn ich jetzt eine andere Einstellung mache, also eine normale Linienform, vielleicht ein bisschen dicker und die Stiftfarbe mache ich blau und sage wieder alle Rahmenlinien. Okay, ich hätte alles markieren müssen, alle Rahmenlinien. Dann sieht das Ganze wieder so aus. Was es noch gibt, ich mache mal hier eine weitere Zeile dazu. Ich kann auch in einzelnen Zellen hergehen und sagen, ich möchte hier noch eine diagonale Linie haben. Das ist für Buchführung ganz interessant, für Buchhalternasen oder einfach, wenn man entsprechende Zellen sperren möchte. Wobei man hier natürlich immer noch reinschreiben kann. Vielen Dank. Vielen Dank.